Also nach meinem Debütalbum haben wir zwei Jahre lang erst mal versucht, dieses Remixalbum auf die Beine zu stimmen. Und deswegen heißt es auch, as soon as possible. Wir haben ganze zwei Jahre gebraucht. Also wenn man zwei Jahre lang hart an etwas arbeitet, dann müssen wir alle gemeinsam feiern und Bier trinken. Und das machen wir heute hier. Leute, wir sind tapfer mit uns durchhalten. Also wir sind hier, haben wir Sex. Weil es schon so familiär zugeht, dass es schon fast von alleine funktioniert. Dann wurde es natürlich immer voller und jetzt gerade ist ein bisschen Tanzen auch angesagt. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.